Macht schneller! Heute Abend sollen wir fertig sein. Beeilt euch! Das ist so anstrengend! Stopp! Wir brauchen eine Pause! Ja, bittet weiter! Niemand hört hier auf! Das ist ein Befehl! Ey, seid mal alle leise! Auf meinen Kommando! Drei, zwei, eins... Zündet das Feuer an und legt alles in Schutt und Asche! Ich will alles tot sehen!